Hallo! Hallo! Na komm, trau dich nicht mehr. Hast du eine Tomate? Eine Tomate magst du? Ja. Ich hau aber ganz viele verschiedene Tomaten. Da hab ich eine längliche, die ist ganz dunkelrot. Und da hab ich eine riesige, ein Ochsenherz. Und da hab ich so keine Gelbe-Tomate. Na, was sagst du, was die Natur alles hat? Gelbe Tomaten. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hast du eine gelbe Tomate? Aber Kindchen, es gibt doch keine Gelbe-Tomaten. Wenn ich so gut? Ich erkläre es nicht, oder? Das ist primera. Das war es. Über mich ist. Untertitelung des ZDF, 2020